Wir haben sehr viele junge Beschäftigte, wir haben einen hohen Grad diejenigen, die sich fortbilden möchten und im Schichtbetrieb. Ist das gar nicht so einfach. Wenn wir dort nicht Unterstützung bekommen seitens des Arbeitgebers, wird es ganz, ganz schwierig. Es kann nicht sein, dass Bildung in den Händen des Arbeitgebers alleine liegt.